Wissen Sie, ob Sie viel oder wenig Strom verbrauchen? Viele bemerken den hohen Verbrauch erst, wenn es schon zu spät ist. Dabei müssen hohe Stromkosten nicht sein. Der Stromspiegel ist der erste Schritt zum Sparen. Denn mit dem Stromspiegel können Sie Ihren Stromverbrauch bewerten und mit anderen vergleichen. Und zwar so. Zuerst bestimmen Sie, in welchem Gebäude Sie wohnen und wie Sie Ihr Wasser erwärmen. Dann wählen Sie aus, wie viele Personen in Ihrem Haushalt leben. Als nächstes vergleichen Sie den jährlichen Stromverbrauch von Ihrer Stromrechnung mit den Werten des Stromspiegels. In unserem Beispiel entspricht der Verbrauch der Kategorie E. Der Haushalt verbraucht mehr Strom als vergleichbare Haushalte. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Was die einzelnen Kategorien bedeuten, erfahren Sie hier. Wenn Ihr Verbrauch zu hoch ist und Sie Kosten sparen möchten, machen Sie den Stromcheck auf www.stromspiegel.de. Dieser empfiehlt Ihnen auf Sie zugeschnittene Stromspartipps.